schönen guten tag meine freunde auf maverick depot zu einem neuen unboxing video und heute geht es um chupa chups aber in der xxl größe freunde die maße sind natürlich schwer über das video zu tragen aber ich muss euch sagen das ist so eine größe schon also die sind um einiges größer wie die normalen chupa chups das ist schon so ein ei also ein hühnerei bisschen kleiner als ein hühnerei also wie so ein durchschnittliches männerei vielleicht ja und dann steht xxl hier ich mache mal so eine rundumschau hier ja und jetzt gucken wir mal was uns drinnen erwartet meine freunde ich muss mal hier ein bisschen die schärfe ein bisschen cooler stellen damit ihr das auch alles hier das ist aber schon schon eine kugel und drinnen könnt ihr erkennen drinnen ist sowieso ein embryo ob das jetzt ein lebewesen ist schwer zu erkennen aber ich gehe mal von einem kaugummi aus aber man 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 kann sich auch überraschen lassen ich leg mal kurz dran stabiler geschmack das würde jetzt auf jeden fall den rahmen des videos sprengen damit ich mich bis zu dem embryo vor lecke oder ran lecke in diesem sinne meine freunde probiert es aus probiert es selber aus chupa chups xxl habe ich bei wohlwort gekauft falls ihr es am suchen seid meine freunde in diesem sinne dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten unboxing video peace out euer maverick meine freunde abonniere ich